Hallo? Hallo? Oh! Äh, äh, äh! Ah! So, ja, willkommen zu einer Runde MinorWare! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ein Fankiddy! Oh, oh shit, 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 shit. Äh, ja, willkommen zu einer Runde MinorWare mit, ähm... Dem DJs unter den DJs, dem Timo unter dem Timos. Mhm. Mr. DJ Clayder. Ja. Sollte euch ein Begriff sein, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. So. Ähm, ja, wieso spielen wir das eigentlich? Passe nicht zu mir, dass ich einfach irgendwelche kleinen Minigames hier spiele, die ich hab eigentlich grad voll den Creeper erwischt, aber mir wurde kein Glong gemacht. Und, ne, das ist jetzt nur kurz so, um zu sagen, ich halt lange keine Videos, so, ich... Mhm, war da total beschlecht, das, ey. Auch ein bisschen, oh, ich lost und lost. Äh, wenn es dann auch müssen, inaktiv so, also, äh, auf dem MC, so, zack. Und... Hey, come on! Das liegt daran, dass... Don't gettet, ich dachte, man soll jemanden treffen, dann gewinnt man. Wow. Du chillst ja die ganze Zeit nur rum. Bis trotzdem, und ich krieg das einfach keine Punkte, ich krieg nicht so viele Punkte, das war mein Problem. Das Ganze hier auf dem Chunk-Server, wollte ich immer schon mal spielen, was mich einfach aufregt, ähm, das ist einfach, ich hier kein Herz abbekomme. Ich bin nix, ich bin nix, ich bin zu schlecht. No, oh, 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 oh. Und dann einfach, ähm, ich wollte, dass ich mal zeigen wollte, aber ich bin auf 60 FPS und, ja, so kann man... Oh mein Gott! Das war irgendwie dumm von mir. Ich bin einfach runtergeguckt, ich dachte... Oh, guck mal, da ist ein Creeper. Oh, ich wollte ein Creeper, oh, scheiße. Oh, was Neues hier. Nee, ähm, aber... Ja, das Nervige ist, dass wir die ganze Zeit auf 60, aha, 60 FPS hier bei mir geschnudelt, gedrosselt. Äh, von, nee, von 60 auf 30, das ist einfach so unglaublich nervig, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, und du hast die Portfolio und du checkst das Spiel nicht. Ah, nee, du checkst das, schade. Jetzt hab ich ganz oft das Ziel. Oh, shit. Ich warte einfach mal, bis es ganz viel ist und dann mach ich irgendwann. So. Das verstehe ich nicht, don't get tagged, das verstehe ich einfach nicht. Da rennt man einfach so rum, rumrennen, rumrennen, rumrennen. Wirrwarr. Wir haben schon ganz geil hier gemacht. Weil es so bunt ist, fand ich das Waxpack ganz cool. Aber hier ist eigentlich nichts los, der hackt und spackt. Geil. So, mal gucken, ob wir noch mal noch woher. Oh, das ist der Endeffekt zu Teleport. Teleport. CD rum. Und ich hab's geschafft. Ach, so sollte man was machen, jetzt sieht der. Man muss ja erstmal checken, worum es hier überhaupt geht. Und ich geh mal an die Stellen, wo es ein bisschen freier ist, um ein Ohr abzugreifen. Greifen. Oh. Ah, es geht mit 30 Sekunden. Wir sind immer schneller als ich kriege hier die Auslastung. Aber es ist uneschön. Ja. Oh, es blieb. Ich bin halt auch so dumm, dass ich einfach irgendwie versuche, multitaskingfähig zu sein, gleichzeitig zu sprinten und dabei Blöcke aufzubauen und mich dann einfach selbst da. Ja, aber das ist natürlich nicht so schlau. Ich versuche immer gleichzeitig zu spielen und zu reden, das funktioniert bei mir auch nicht. Ah, egal. Nee, das ist bei mir auch nicht so. Ich bin ja sechs Punkte, ich bin nicht der Schlechteste, hey. Ich bin auch mit neun Punkte, obwohl ich übertrieben schlecht gerade bin. Also ich spiele das auch nicht regelmäßig, wenn, dann bin ich auf Mindplex unterwegs. Ja. In der Ehe ist ja eigentlich nicht so der Mindshift-Zocker. Nee. Und das war's doch schon. Und das ist aus dem Video. Geht alle. Äh. Gute einfach mal vorbei auf The Chunk. Und. Gebt mir einen Daumen nach oben. Der Blau ist so blau wie ich. Ha, süß. Der battle drum. 60 FPS, das ist doch ein guter Abschluss. Wir sehen uns. Bis dann, Geis. Und tschüssi. Möge die Waschmehrmacht mit euch sein, die sich gerade mit mehreren Skins ineinander schmiegt. Ich hab ein Buch. Cool. Cool. Sag auch mal, möge die Waschmehrmacht mit euch sein. Ja. Ja. Und möge die Waschmehrmacht mit mir sein. Nö. Ja. Vielen Dank.